Hallo, ich bin Frieda und neben mir sitzt gerade eine Drehbuchstipendiatin und vielleicht wollen Sie sich erst mal vorstellen. Das mache ich gerne. Ich bin Gesine Dankwart, ich bin Autorin und Regisseurin. Ich mache Theater, Filmprojekte, Internetprojekte. Ich habe Spielfilme gemacht oder dokumentarische Filme. Ich habe Avatare über die Alpen geschickt oder durch China und ich schreibe auch. Wie sind Sie dann zum Drehbuchschreiben gekommen? Ja, wahrscheinlich auch aus Liebe zum Film. Ich schreibe für verschiedene Medien, ich schreibe auch für Theater oder Essays. Ich liebe Filme, ich mache gerne Filme und ich finde es ganz toll, dann eigentlich sich selber auch aus einem Thema heraus, aus einer Recherche heraus, dann das Drehbuch selber zu schreiben. Was war denn Ihre erste Bewegung zur Filmwelt? Die erste Bewegung zur Filmwelt? Also ich bin erst im Theater gelandet in Wien und dann habe ich das immer versucht parallel zu machen eigentlich, dass ich eben viel Filme gucke, viel auf Festivals bin und dann habe ich eigentlich irgendwann beschlossen, da war ich schon relativ lange im Theater unterwegs oder habe Kunst gemacht, dass ich dachte, jetzt muss ich einen Film machen und den muss ich machen, bevor ich 40 werde und das habe ich gemacht. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie das Stipendium bekommen haben? Tja, also ich habe einen Anruf bekommen und da bekommt man schon mal so eine kleine Ahnung, dass das vielleicht nicht eine Absage ist, also weil die Absagen kommen meistens schriftlich und ich war halt in so einer Arbeitssituation und dann kam der Anruf und ich habe mich wahnsinnig doll gefreut. Und was beinhaltet das Stipendium eigentlich? Also ich habe eines von zwei Stipendien, die hier eben vergeben worden sind und das ist das für die visuelle Erzählung und das heißt, was genau am Ende rauskommen wird, ist etwas, was wir, ich jetzt noch entwickeln werden und die Ausgangsidee ist, einen Raum zu kreieren, ein Zimmer zu kreieren, das über die Jahrhunderte hinweg erzählt wird und die Innenräume in den Häusern sind ja so die Sphäre der Frauen und es gibt ja groß, viel Energie vom Patriarchat, die Frauen in den Innenraum zu belassen, so bis sie sich da rausgearbeitet haben und zu sagen, okay, was ist das eigentlich für eine, für her Story, was sind das für Geschichten, die da zwischen diesen in den Wänden drin stecken und das richtig groß und stark zu machen. Ja, okay, cool. Dann vielen Dank, dass Sie mir diese Fragen beantwortet haben und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das war's schon? Ja. Hatte ihr schon Filme geguckt hier? Ja, ich habe schon gestern zwei Filme geguckt. Und? Favoriten? Ja, war ganz okay, war nicht so mein Film, aber okay. Danke. Hallo, ich bin Friederike und wollen Sie sich auch vielleicht einmal vorstellen? Hallo, Friederike, ich bin Annika Pinske. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin und habe hier in Lübeck das Drehbuchstipendium bekommen. Sehr cool. Wie sind Sie denn zum Drehbuchschreiben gekommen? Ich wollte eigentlich Filmemacherin werden und das auch ziemlich spät. Also ich habe erst mit 29 angefangen, Regie zu studieren auf einer Filmhochschule und ich war lange auf der Suche. Ich komme aus einer Familie, die die also es gibt keine Künstler in meiner Familie, genau. Und deswegen hatte ich da sogar keine Vorbilder in diese Richtung und musste mich so langsam durchprobieren und war dann erst bei der Fotografie und dann auch im Theater, wie Gesine. Und habe dann ein Praktikum beim Film gemacht und fand das so überfordernd, dieses Medium-Film, dass ich dachte, da kann ich mich ein Leben lang abarbeiten an diesem Medium und das will ich machen. Und dann habe ich studiert. Ja, sehr cool. Und was war die erste Berührung so mit so dem Film machen und so? Das war schon das Praktikum, was ich gemacht habe bei Komplizen-Film und da war ich erstmal so für die Organisation in diesem Büro verantwortlich und man kriegt natürlich über die Telefonate, die da geführt werden, schon auch so immer mehr so inhaltliche Sachen mit. Dann habe ich so gemerkt, mich interessiert eigentlich das Lesen dieser Treatments und Drehbücher und Exposé und dann hat es mich so langsam in diese inhaltliche Arbeit zugeführt. Und aber als ich also Anfang 20 war, hätte ich niemals gesagt, ich will Filmemacherin werden. Das war so weit weg von dem, was ich mir so vorstellen konnte. Aber in diesem Praktikum habe ich so langsam gemerkt, vielleicht wie ihr hier auch in eurem Truck, was einem Spaß macht und was einem liegt und dann wird das plötzlich so eine Berufsmöglichkeit. Ja. Und was war Ihre erste, also Ihre erste, Ihr erstes Gefühl, als Sie das erfahren haben, dass Sie das Stipendium bekommen haben? Ich habe ganz laut geschrien. Ich habe mich wirklich richtig doll gefreut, weil das einem einfach, dieses Geld einem wirklich die Freiheit gibt, das zu machen, was ich filme. Das ist Kino und das ist einfach, ich kann das immer noch sehr surreal, jetzt so viel Geld zu bekommen, dafür, dass ich schreiben darf. Das ist immer noch gar nicht selbstverständlich für mich. Es ist wirklich ein unfassbares Glück. Ja, ich habe richtig geschrien. Sehr, sehr cool. Und dann, was beinhaltet das Stipendium? Das hast du jetzt auch so ein bisschen schon beantwortet, aber... Genau, das ist quasi eine Förderung, um ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe sechs Seiten eine Idee für einen Film eingereicht und jetzt geht es daran, das auszuarbeiten und ein richtiges Drehbuch draus zu machen, zu recherchieren, Leute zu interviewen, genau, Reisen zu machen. Das alles ist jetzt möglich, ja. Cool. Ja, dann war es das auch schon. Danke dir. Ja, ich finde es total toll. Ich bin ganz gerührt hier, wie ihr arbeitet. Das ist richtig toll. Das hätte mir zum Beispiel, hätte ich das mit 14, 15 machen dürfen, wäre ich vielleicht früher beim Film gelandet. Ja, cool. Okay. Dankeschön. Danke auch.